Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Co-op Stürmer-Spieler-Karriere zusammen mit dem Jan. Hallo! Servus meine Freunde! Das ist ein geiler Spruch, den hast du schon mal gemacht. Wir spielen hier in der Champions League heute. Ja, wir sind einfach gut in der Champions League. Ich meine, guckt euch das an. Bela Gabi, auch ein deutscher Spieler, von Leipzig, sieht man ja. Ja, Mike und Jan Odopoulos, beide sind mit sieben Toren, quasi alle auf Platz 1 und sieben Tore. Mensch, Winder mit vier Toren, also der hat einfach in einem Spiel vier Tore gemacht, der Bela Rabi. Ja, der ist einfach ein kranker Typ, der wollte mit uns mitziehen. Man muss ja überlegen, also vier Spiele sind gespielt und wir haben sieben Tore gemacht. Das ist schon heftig, also. Und dann ist Bela Rabi auch noch mit dabei, Kane auch noch mit dabei. Ja, also ich bin sehr gespannt. Wir wollen natürlich weiter an den Rekord anknüpfen, deswegen setzt der Trainer uns auch ein gegen Lok Moskau. Und ich bin sehr gespannt. Wir sind ja der Champions League schon durch, schon sicher auf Platz 1 sogar. Also eigentlich ist es wurscht, aber ja, wir spielen einfach für die Weltrekorde. Ist mir egal. Na guck, jetzt sind wir wieder beide da. Wichter? Er dreht zurück. Jetzt schon, Alter, im Training. Junge, mach doch was. Spiel mal gut. So, wir werden nicht gezeigt. Das ist auf jeden Fall eine absolute Frechheit. Also wirklich. Ich finde es noch frecher, dass du immer so schlecht passt. Was? Da kann ich mich nämlich noch ganz genau an meine Folge dran erinnern, dass du da ganz schlecht warst. Okay, das, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das nehme ich mir zu Herzen. Jetzt gebe ich Gas. Boah, das ist schon direkt der gute Pass von mir. Junge, was hat das für ein Pass von dem, Alter? Boah, da vorne der ist sogar, Junge. Boah, wie schlecht. Ich fordere das nächste Mal auch wieder. Ist voll gut. Ja! Tor Nummer 8. Oh, Gott. Das ist ein Idiot, Alter. Und Vorlage, hast du es gesehen? Ich habe gesagt, ich verspreche es dir. Und also schneller ging das wirklich nicht. Deine Wörterfache. Eben. Siehst du, wie gut ich bin. So ein guter Spieler. Oh, Tor Nummer 9. Yes, Junge, wenn du jetzt noch meckerst, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, das ist der Jubel für die neuen Breen Gläser, Alter. Stimmt, da ist er doch. Da? Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch da. Ne, ich glaube schon. Hier oder da, links oder rechts. Auf jeden Fall bin ich da. Ich habe mich schon mal eingetragen in die Statistik. Wenn wir jetzt zurückziehen. Oh. Wenn du mir nicht komplett reingelaufen wärst, hätte ich auch irgendwann mal passen können oder so. Das war ein bisschen mein Fehler, ich weiß, aber ich habe es nicht so richtig gecheckt. Ich bin einfach straight geradeaus weitergegangen. Hast du auch ein Tor? Hast du Bock? Weiß ich noch nicht. Jawoll. Ich habe Bock. Was für ein Zusammenspiel. Drei Scorer-Punkte in fucking 22 Minuten. Moskau ist so lost. Einfach nur. Ja, deswegen. Eben. Auf dieser Seite oder wie sagt das immer. An dieser Stelle. An dieser Stelle ist Moskau so lost. Ich möchte anmerken, dass wir an der Stelle hier ein gutes Spiel gemacht haben. Und an der Stelle hier ein paar Tore gemacht haben. Und an der Stelle führen wir jetzt auch. Es ist wirklich krass an dieser Stelle. Ach, Mann. An dieser Stelle hat Ebenz meine Nachbarn aufgehört zu saugen. Sehr schön. An dieser Stelle. Junge, war es ein Pass? Der ist doch kalibriert, sag ich dir. Also alles, der Schiedsrichter und so. Oh mein Gott, der Arm, der zählt doch gar nicht. Ich, ohne Spaß, dieses Spiel, jedes Mal so knapp. Wo war das denn Abseits? Alter, das war kein Abseits. Jetzt kannst du mir erzählen, was du willst. Der Arm war drüber, aber alles andere nicht. Alles, es sehen ja nur die Stellen, mit denen man den Ball spielen darf. Ja, mit denen man ein Tor erzielen kann. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, es war schon weit weg, es war schon weit weg vom Tor, aber du hast ihn so gut platziert. Wusch. Junge, 4-0 in der ersten Halbzeit und das als erstes Spiel heute. Ich bin gerade mega glücklich, hier merkt es richtig. Und für beide von uns vier Scorerpunkte und du schon mit einem Headtrick, Digga. Junge, wie platziert das immer war, das war anders krank. Ist so. Auf Neudeutsch. Zählt ihr nach dem Tor? Hey, naja. Erstmal ist jetzt halbe Zeit und dann machen wir nochmal fünf Tore hier. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Siehst du, da habe ich ihn schön rausgehauen und ein nice Spiel bisher auf jeden Fall. Jetzt. Warte, ich ziehe zurück. Digga, passt. Alter. Das hat so, was. Ich hätte früher zurückziehen können. Ich dachte so, ich habe sogar extra gehofft und gewartet so auf einen geilen Pass, dass ich ihn so reinschieben kann. Ich habe mich echt gut positioniert einigermaßen, fand ich. So, jetzt. Auf geht's, weiter geht's. Vielleicht gerade mit schlechterer Qualität, vielleicht gerade mit Problemen. Aber jetzt hoffentlich nicht mehr bitte kein Abseits. Das war so knapp. Bitte kalibrierte Linie ist so cool. Ja, Junge. Dieses Spiel muss auf jeden Fall mit rein, auch wenn die Qualität vielleicht nicht hundertprozentig in Ordnung ist. 5 zu 0. Ja, bei den vier Toren wie bei der Rabi. Das habe ich jetzt auch geschafft. Ja, tatsächlich. Ungreis. Thumbnail. Ne, auf jeden Fall Wahnsinn. Vier Tore und nur wir beide haben hier die Scorepunkte gemacht und keine Abseits. Gott sei Dank, es war auch wieder richtig knapp. Aber hast du gut gemacht. Schön zurückgezogen. Schön sidestep. Und dann, ähm, ja, schön abgeschlossen. Finesse, Innenseite, richtig geil. Also ich hoffe, dass ab jetzt wieder Best-Sack-Qualität, Beste alles ist, weißt. Weil wir müssen ja hier diese, dieses 8-0, was wir jetzt gleich machen. Oh. Nein. Oh, richtiger Ehrengönner. Ich wollte gönnen, aber spiel nochmal hoch, wenn es geht. Okay, jetzt nicht mehr. Nein. Doch, es wäre sogar gegangen jetzt. Ja, deswegen habe ich. Ach Mann. Ich wollte jetzt nicht selber schießen. Ich wollte eigentlich direkt schießen, so. Direktabnahme wieder. Wie beim letzten Mal. Dann habe ich aber so gedacht, na, nee, kannst du jetzt nicht machen. Oh. Oh, der passt so gut. Jawohl. Jawohl. Also die pure Zerstörung ist da. Und ich gehe immer in die Bande rein. Alter. Es ist echt eine pure Zerstörung. Aber genau deswegen sollten wir dieses Spiel spielen, auch wenn wir hier schon durch sind. Wir sorgen hier für Tor-Differenz, für Rekorde. Das kann man gegen solche Mannschaft machen. Und nicht im Achtel- oder Viertelfinale gegen Barcelona. Das geht nicht. Guck jetzt. Vielen Dank für die Blumen. Ja, der passt war doch so cool. Da kriegst du jetzt deinen Hattrick, wenn du gut genug bist. Jawohl. Sieben. Alter. Und wieder in die Bande. Als ob da ist der Hattrick. Und ey, wir sind beide in diesem Spiel glänzend gut gewesen. Solche Spiele hat man selten. Ja, wir haben auch Spiele teilweise verloren und entschieden und so. Aber heute in diesem läuft alles perfekt. Wahnsinn. Wunderbärchen. 7-0. Kann man mal machen. Schmackhaft auf jeden Fall. Wer holt sich den Ball? Ja, nur der einzig war ich natürlich. Jetzt hole ich ihn mir von mir, Loll. Gewehr. Ja, das war Teil in der Mitte durchsteigen. Ja, das war Teil in der Mitte durchsteigen. Ja, das war Teil in der Mitte durchsteigen. Ja, Tottenham Hotspurz direkt hinter uns. Ein Punkt. Wir wollen den Platz natürlich verteidigen. Und ja. Nice. Oh. Oh. Tja Jan, das geht dann wohl nicht. Gut, verteidigen möchte ich den Platz jetzt erstmal, oder? Ach, du bist doch ein Hurensohn, oder? Ich kann nichts dafür. Ich weiß gar nicht, woher kommt das. Jetzt setzt uns der Trainer nicht ein, weil Jan eine rote Karte hat. Und der ist gesperrt. Ach, fick dich doch. Ach, watsch. Ja, wie gesagt, nicht eingesetzt wegen großer Karte. Danke auf jeden Fall, Jan. Jetzt verlieren wir das Spiel gegen Tottenham Hotspurz. Nein, wir gewinnen 3-0. Ah, nein, natürlich 3-0 verlieren wir in 3-0. Ach, Mann, ey. Ja, Jan, Jan und Oplus. Wehe, du foulst noch einmal in dieser ganzen Karriere. Dann hau ich dich sowas von rein, Alter. Ja, dann halt gegen Leicester City gegen Platz 18. Dann hier unsere Tore wieder pushen, so wie gegen Lok Moskau. Ähm, ja. Wäre cooler gewesen, wenn wir das gegen Hotspurz gemacht hätten. Lass mal auf Halbprofi hochstellen. Ja. Willst du echt hochstellen? Ah, Anfänger, ja. So, er sollte, wir sollten 2 hochstellen. Ja. Also Anfänger. Au, neues Flankensystem. Alter, hast du die Flanken gesehen? Junge, was war denn das? Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Also gegen so eine schlechte Mannschaft. Ja, wir sind auswärts gegen Leicester City. Gewinnen wir im King Power Stadion. Ja, es wird auf jeden Fall knapp. Also es war natürlich jetzt ein Einzelspiel. Neuer Schwierigkeitsgrad, Leute. Äh, das war jetzt ein Einzelspiel. Das wird nie mehr so sein. Spiel jetzt auf Anfänger haben hochgestellt. Ja. Ja, wir haben tatsächlich hochgestellt. Auf Maximum jetzt. Also schwer geht's nicht, Leute. So. Jetzt sieht er gleich, wie das... Ist das bloß. Junge, man muss halt auch irgendwann, irgendwann was machen. Ja, ist ja dann zu die Tür. Ja, dann mach sie halt auf. Jetzt fordert er wieder, Alter. Junge, der verspielt uns die ganzen Chancen. Was? Boah! Du musst das g'senen. Was denn? Den Pass auf. Hab ich gewusst. Oh, Alter. Boah, Junge! Ja, nicht so wie du immer warten und zurückziehen. Ich weiß, dass mein Spieler das kann. Wenn ich so viel Platz hab, zieh ich auch nicht zurück. Der Torz bringt dieses Mal sogar. Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Aber so ein schöner Schuss und zum 1 zu 0. Ich werd ja nie so frei oder häufig nicht so frei rausgespielt von dir. Und deswegen muss ich da halt dann immer noch so einen Schlenker rausspielen. So nicht von der Mannschaft, von dir. Ja. Ja. Hast du gesehen, wie ich dich da frei gespielt hab? Ja, ja, total. Ja, moin. Alter, junger Odder, ey. Ey, Torner 30 Mal! Ich hab auch geformet. Ja, warum? Wie so Hänger, einfach so beide am fordern, Alter. Ach, Mann, wie kann man so schlecht spielen in Halbzeit. Oha, Alter. Das sind die Erforderungen. Alter, mach mal einen guten Pass, ey. Wirklich. Ja, aber dafür kann ich nix. Klar. Oha, gelb. Nee, das war eine faire Grätsche. Ja. Was? Ja, natürlich nicht. Gönn ich dir, aber ist gut. Ja, ich kann aber wirklich nichts für den Pass. Das tut mir so leid. Weil ich hab extra gewartet, dass ich den im richtigen Moment so, dass du nur noch einsetzen musst. Mal kommt immer an. Oha, in die Hacke. Setz dich durch, du bist stark. Ja, mega, oder? I believe in you. Oha, Junge, wir haben ihn beide umgelatzt. Ich hab dir die Hacke gestellt, dir das beigestellt und du hast die Grätsche beigedollert. Das gibt's gelb. So geht das nicht. Nee, also der hat uns ja auch, der hat sich so stark gegen mich durchgesetzt, das lass ich mir nicht gefallen einfach. Weil du so zu mir hältst, hast du natürlich direkt geäußt. Ja, klar, das war eine kollegiale Grätsche. Oh, du kriegst Geld. Ja, natürlich. Finde ich gut. Das türlich krieg ich mir. Gut. Ja, natürlich, dass du so was dazu sagen musst. Oh, zack, pack. Zurückgezogen sogar. Der Lehrling lernt vom Meister. Ja, das war nicht so, dass wir das nicht sehen, wie das gemacht war. Es war viel besser. Viel besser. Ja, guck. Angetäuscht. Angetäuscht. Oh, Pest ist da. Oh, wechsel, wechsel. Oh, das ist klar. Er duckt sich einfach, da kennt er nix. Und der andere war im Abseits, ich doch safe nicht. Das würde ich in der Wiederholung sehen. Der war nicht im Abseits. Äh, natürlich, sonst... Nein, der hat ihn umgehauen. Der Torwart-Faul war an den Torwart. Ach so. Ja, das wäre bei... Bei mir... Alter! Oh, ups. Muss ich verarschen? Boah, ich spiele ja wieso. Ja, kein Abseits. Ey, ich hätte den doch locker bekommen, wenn ich... Ja, du hättest dir viel besser gemacht. Ich hätte den... Ich war schon so dabei, okay. Flugkopfball wieder. Ja, ja, ich hab... Alter, so eine geile Flanke, das wird safe im Tor bei meinen Kopfballen, aber... Äh... Ja, aber siehste, ich kann halt dafür nichts. Das ist einfach, es liegt an der Premier League. Ich will dir ja passen. Jawoll, jetzt haben wir es doch. Das war gut. Schön gemacht. Oh, hallo. Das klappt auch nicht so häufig. Oh, blond. Das wird mit reingeschickt. Leute, war ein gutes Spiel. Ähm, ja, auch wenn wir jetzt auf... Ja, ist ja schon zu Ende, ja. Auch wenn wir jetzt auf Ultimativ gespielt haben, haben wir trotzdem sehr gut gespielt, sehr gut performt. Ja, das war's. Ähm, Doppelpack und auch du mit... Ja, werf zu mir, oder? Ja, gib mit mir, gib mit mir, gib mit mir. Oh, Mann, da musst du früher passen. Ja, genau, dann hätte er nicht abgefiffen. Nein, dann hätte er nicht abgefiffen. Egal, wir springen ins nächste Spiel. Ist, glaube ich, gegen Gladabar in der Champions League. Okay, wir spielen gegen Leeds, aber wir spielen nicht. Ist cool, oder? Ah, ja, das ist gut, ja. So, wir spielen gegen Leeds, aber wir spielen nicht in der Startformation, wir stehen nicht in der Startformation und, äh, ja, schnelle Simulation. Ich bin sehr gespannt. Müssten wir eigentlich gewinnen, aber man weiß ja nie, gegen die unteren Teams haben wir auch schon... Alter, wie lange will das eigentlich noch laden? Schon das ein oder andere Mal verkackt. 2 zu 1. Sehr schön. Naja, sehr schön nicht, wir haben 3 zu 0 gewonnen, aber... Leute, wir haben das Spiel gegen Gladbach und, äh, das Hinspiel war auf jeden Fall sehr eng, sehr knapp, wir haben es aber trotzdem gewonnen und jetzt das Rückspiel hier, ähm, auswärts sogar, also wir dürfen wieder, äh, nach Deutschland reisen. Das, äh, müssen wir ausnutzen, deswegen sind wir dabei und, ähm, ja, hoffentlich machen wir unseren Job auch ganz gut. So, Leute, Gladbach gegen Menü, wir sind auswärts, aber eigentlich auch zu Hause, weil es, ja, Deutschland. So ein komischer Pass, aber es kommt halt so gut an. Jawoll, Junge, dritte Minute, 1 zu 0 und du kommst sogar zu mir. Ja, natürlich. Was? Was diese Gilt? So ein guten Pass, sieht man ja nicht ganz so häufig von dir. Ja, also danke auf jeden Fall, es war krüpplich, aber er kam perfekt und das ist wieder ein Champions-League-Tor von dir. Du bist schon langsam auf Rekordweg. Tor Nummer 12 ist es, glaube ich. Okay, 19 der Rekord, ja, dann muss ich mich ranhalten. Und Leute, wie gesagt, jetzt geht die Schwierigkeit nicht höher. Wie man da so komisch ausgefaded ausschaut. Nein, jetzt bekomme ich die Vorlage nicht, scheiße. Jawoll. Ich wollte es direkt zu dir. Ja, da kann man jetzt nichts machen, aber das ist nicht so wichtig. 2 zu 0, das ist wichtiger gegen BMG. Also wir haben, also das war ja ein Hinspiel, das war ein hin und her 3 zu 2 und die haben geführt zwischenzeitlich und so, das war echt crazy. Willst du auch spielen, oder? Ja. Jawoll. Ich kann Geschichte schreiben. Brauchst gar nicht mitspielen. Doch. Ne, ich schreibe Geschichte. Was für eine? Oh. Nice. Und der ist immer noch für 77. Oh yes. Ja. Was ist das für ein Scheißspiel. 4 zu 0 auf dem höchsten Fähigkeitsgarten, Leute. Ihr müsst euch das mal überlegen. Jetzt hast du, glaube ich, wieder gleich gezogen. Hattrick. Der Patrick. Oh, der Patrick. Und sogar ein Kopfball. Das sah zwar ein bisschen traurig aus, aber das hat funktioniert. Ich habe vor allem fast in den Torwart reingeköpft. Naja, egal. Ja, ich habe aber gar keine 13. Ja. Kann auch sein, Leute. Oh mein Gott. Nein, ich mache den alleine, kannst du vergessen. Alter, Junge, Alter, was für ein blöder Hurensohn. Alter, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, dass Jan der größte Hurensohn ist, den es gibt. Alter, Junge, es steht zwar schon 4 zu 0, aber es ist trotzdem so assi gewesen und schon wieder. Ey. Ich werde gefault. Ja, den mache ich jetzt rein. Kannst du nicht sein. Vielen Dank, Jan, für die Blumen. Junge, wie ich zitter. Alter, geht nicht. Naja, 4 zu 0 ist auch cool, finde ich zumindest. Schneller passen, ich muss gleich wieder auf die App gucken. Auf mich passen jetzt? Alter, du bist so ein. Ja, das war so wichtig. Du bist der gewisse Affe. Unter zwei Minuten. Hilfe. Das kann ich so nicht verantworten. Stimmt, weil du ja, weil ich dir da ja noch so ein Tor aufgelegt habe am Ende. Weil du hast es ja auch, also ich 4 und du 3, ja. Ja, habe ich gleich 14. Nein, hast du nicht. Dafür sorge ich. Ja, Alter. Was für ein Dreckiger. Ja, jetzt spiele ich auch wieder zu dir. Alter. Junge, ich boxe dich jetzt um, Alter. Was ist das denn? Ich bekomme ein Game, obwohl du mich umboxst. Zurecht, Alter, Junge. Nein, 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 nein. Was für ein Affe. Spiel. Die Pappen, Alter. Nein, das ist so unfair. Das ist so unfair, was da passiert ist. Wieso machen die es bei mir nicht so? Ich habe den Ball doch geholt. Wer macht es denn so? Ja, dass die so viel Platz für dich machen. Ich habe den Ball geholt. Ich habe den Ball. Ich habe den Ball geholt. Hass, ich stehe doch so gut. Nein, das ist doch ein Skandal. Ja, 15. Ich habe gefordert. Nee, das ist ein Bug. Ich lösche die Aufnahme. Das ist ein Bug. Das ist 8-0, Alter. What the fuck? Das ist ein absoluter Bug. Du kannst doch nicht in der Groppenphase schon 15 Tore haben. Du hast 14, Alter. Wir haben zusammen einfach fucking 29 Tore. Das ist so unglaublich krank. Aber Leute, wie gesagt, ich kann halt echt nichts dagegen machen. Ja, ich habe mehr wie er. Lass mal eine Schwierigkeitsstufe herstellen. Ja, auf Anfänger. Einmal 8. Alter, nee. Ey, 5 Tore. Wirklich, ey. So krass auf Anfänger gestillt. Das weiß ich doch. Wie viel hast du denn? Das ist ja nur 3, oder? Nur 3, ja. Hä? Wie saß das? Ja, krass. Ja, weil du mir nicht vernünftig gepasst hast. Okay, macht's gut. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.